einer meiner lieblings landschaften des zweifels ohne die sächsische schweiz in ihr unterwegs finde ich diesen hinweis einmal im jahr solltest du einen ort besuchen an dem du noch nie warst der dalai lama sehr treffend finde ich auch wenn ich das mehrmals im jahr zelebriere in stadt wählen war ich tatsächlich noch nie über den marktplatz schlendernd beginne ich meine heutige wanderung das ziel liegt oberhalb der stadt im angrenzenden waldgebiet so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018